Guten Morgen, ich habe eine neue Kamera und ich werde euch dann nachher noch was dazu erzählen. Boah, ich finde die so mega geil, ich bin sowas von verliebt in die. Jetzt gehen wir erstmal zu Finn rein. Wow, wie hell die hier sogar schon machen, mega. Echt, ich bin so begeistert. Oh, hast du beide Schnullis rausgeschmissen, Schatz? Ja. Ja. Oh, und noch einen im Mund. Ja. Aua. Was, Aua? Ich sehe weh. Was tut weh? Kommt ein Zahn? Ja. Ja. Oh, und den Schlafsack hat er auch schon halb ausgezogen? Du bist mir einer. So. Ich sehe mal auf. Hallo. Hallo. Sag nochmal. Hallo. Super. Toll gemacht. Finn ist da. Du bist der Finn, genau. Finn ist da. Finn ist da in dem Bildschirm, gell? Finn. Ja, du bist Finn, ganz genau. Super. Oh, er weiß, dass er es findet. Oh, wie süß. Finn. So. Jetzt sind wir erstmal das wieder hier rein. Dann machen wir mal die Stäbe raus. Und da. Kannst du aufstehen? Der Finn wacht immer auf, macht dann einen riesen Terz. Und was ist, wenn ich ihn rausholen will? Er will nicht mitkommen. Heute ist so ein trübes Wetter wieder. Richtig eklig. Vollwindig. Mal schauen. Also wir haben heute mal wieder nichts spannendes vor. Und ich möchte nichts beschwören diesmal eh. Also, hm. Ob irgendwas passiert oder nicht, seht ihr halt mal wirklich so. Zuhause-Alltag oder so. Weil mit rausgehen ist heute glaube ich auch nicht so, wie es gerade ausschaut. Sondern es zieht noch rüber. Mal schauen. Ich werde euch wahrscheinlich ein bisschen mit FMAs demnächst zuschlagen. Weil ich jetzt die neue Kamera habe. Und weil ich die so cool finde, ey. Eigentlich wollte ich nur noch mal nach einer schauen für Weihnachten. Und naja. Blöd, wenn man noch ein bisschen Geld auf dem Konto hat. Weil man ein paar Monate einfach mal für nichts gespart hat. Tja. Und dann habe ich sie eben doch gleich mitgenommen. Ja, ich kann es ja immer nicht abwarten. Und der Weitwinkel ist eigentlich auch ganz okay, finde ich, oder? Also man sieht Fins ganzes Zimmer. Ich meine, es ist ziemlich klein, aber man sieht es. Finni, du bist aufgestanden. Jetzt müssen wir dich umziehen, ha? Sonst kannst du gar nicht laufen. Ich bin seit Wochen krank. Finni war jetzt erst so lang krank. Und hat mich irgendwie wohl ein bisschen angesteckt. Auf jeden Fall geht es gar nicht weg. Jetzt muss ich mir nach einmal eine ACC reinwerfen. Ich will unbedingt Fins Zimmer renovieren. Das ist so zusammengewürfelt, wie ihr vielleicht seht. Also die schwarzen Kisten kommen auf jeden Fall raus. Das weiß man überhaupt nicht ins Kinderzimmer. Und ja. Muss ich echt mal schauen, wie ich das machen soll. Weil dieser Schrank, der ist so riesig, ja? Der bedeckt die halbe Wand. Und wo ich den hinstelle, ich habe keine Ahnung. Ich hätte gerne hier so eine Kuschelecke. Hier. Aber da ist auch wieder doof, wegen diesen doofen Steckdosen-Dinger. Ich meine, die hier sind gesichert, aber das fällt immer raus. Und da kann ja zum Glück aber nichts passieren. Ob ich da ein Kissen einfach davor tue? Ja. Genau. Es ist halt schon ziemlich klein. Und dann noch diese blöde Terrassentüre anstatt Fenster. Weil die Vorgänger hier, die haben überall Terrassentüren rein, wo es hier ging. Weil das einfach günstiger ist. Mich nervt es voll, gerade auch im Wohnzimmer. Da ist es voll kalt, weil es einfach nicht isoliert ist. Na. Das ist halt die Frage. Habt ihr eine Idee? Ey, Vika, falls du das siehst, hast du eine Idee? Als ich nämlich ihre Kinderzimmer-Room-Tour gesehen habe, da habe ich ihr gesagt, sie muss vorbeikommen und mal nach Fins Zimmer schauen. Ich versuche jetzt mal den kleinen Mann hier fertig zu machen. Der will jetzt nämlich sofort spielen, aber er muss erst fertig gemacht werden. Darf die Mara dich mal anziehen, du kleines Rotznäschen? Ja. Wir müssen dir auch mal die Nase putzen, mein Schatz. Hm? Tanken. Tanken. Oh, tanken. Super. Aus. Ja. Tanken. Okay. Angst. Warum? Weil es gepiept hat? Ja. Da musst du keine Angst haben, Schatz. Piep. Alles okay. Piep, piep, piep. Piep, piep. Schatz, genau. Mach es gleich raus. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Mach hier kurz die Waschmaschine fertig. Schöne Angst. Schau. Oh, Mama. Ihre ganzen Hosen. Da sind die also. mit Arbeitsklamotten gewaschen. Das ist natürlich wieder sehr toll. Dann stinkt jetzt alles nach dem Papa seiner Arbeit. Oh, Mama. Oh, Mama. Ja, genau. Die Fusse müssen wir noch raus holen. Oh, das ist ein Spiel. So, ich habe heute mein zweites Paket von Spielekiste bekommen. Oh mein Gott, ich schaue da an den oberen Bildschirm. Echt nervig. Sorry. Ich muss mich da auch erst wieder dran gewöhnen. Ja, wenn ich mal von etwas begeistert bin, mache ich ja gerne mal ein Video drüber. Und das mache ich über die Spielekiste auch. Auch wenn ich da kein Geld habe, was ich dafür bekomme. Deswegen werdet ihr schon in nächster Zeit dann sehen, was ich damit gemeint habe. Und ja, ich erkläre einfach das System und alles. Und ihr könnt dann, wie ich es jetzt gerade auch habe, einfach eine kostenlose Box haben mit meinem Guter-Code. Gleiches Recht für alle, ne? Genau, und jetzt schauen wir mal, was da so drin ist und ob es dem Finn gefällt. Und dann wird er ein bisschen gefilmt, wie er damit spielt. Weil ich bin mir sicher, er mag die Sachen auf jeden Fall. Wir machen jetzt Essen. Ne, Finn? Genau, mal schauen. Ich meine, ich habe gerade aufgeräumt. Trotzdem sieht es furchtbar hier aus. Echt schlimm. Das ganze Spielzeug muss einfach raus aus dem Wohnzimmer. Sieht einfach immer unordentlich aus. Egal, wie man aufräumt. Ja. Warte. Mag Fini einen Toast? Ja, aber zuerst einen Toast. Magst du zuerst deinen Toast essen? Ja? Oder machst du Brot? Toast? Ja. Toast oder Brot? Toast. Toast. Brot oder Brot. Dann mal rein mit dem Zeug, ne? Zu essen gibt es Tomaten. Mit einem kleinen Stückchen Camembert. Dann habe ich Lackschinken wieder für mich entdeckt. Und dann gibt es noch ein Brot. Ein Roggenvollkornbrot. Aber das ist mit so unkörnig. Ich habe mich da voll dran gewöhnt. Echt witzig. Ich fand das früher so eklig. Naja. Aber ist ja gut. Ist ja gesund. Und Finn hat Toast und hat dann gesehen, als ich auch Schinken drauf gemacht habe, dass er das auch gerne hätte. Also habe ich ein bisschen was drauf gemacht. Und ein Camembert. Und eine Saftschorle, wie immer. Überall sind Schnuller. Ich versuche ihm ja abzugewöhnen, dass er die tagsüber nimmt. Aber er findet überall neue. Also egal, ob ich die hin tue. Irgendwie taucht immer noch irgendwo einer auf. Das ist echt furchtbar. Genau. Und dann gibt es noch einen Optiwell. Und zwar ist der, glaube ich, neu. Also den gab es in Ansbach im Real. Wo ich dieses wunderschöne Schätzchen hier gekauft habe. Die Kamera. Wenn es mal scharf wird. Genau. Und die ist mit Pflaume und Zimt. Also etwas weihnachtlich. Und ich dachte, das probiere ich mal aus. Und den Teilen. Ich und Finn und Finn, weil ich bin mir sicher, der lässt mich den nicht allein essen. Ja. Und das lassen wir jetzt mal schmecken. Möge die Tomate? Ja? Nachher tun wir Wäsche zusammenlegen. Ja? Machen wir. Super. Ja. Fazit von diesem Optiwell Joghurt. Der schmeckt echt interessant. Also er schmeckt nach Pflaumenkuchen. 1a Pflaumenkuchen. Und die mag Finn. Mag Finn denn? Schmeckt gut? Finn schmeckt es auch. So. Ich lese jetzt mal dieses Magazin, was in der Spielekiste drin war. Das ist nämlich von der Wanda, habe ich gerade gesehen. Also das ist ziemlich interessant bestimmt. Und Finn spielt hier. Ich bin hier in seinem Zimmer gerade. Und ja, sein Zimmer ist ziemlich weit weg vom Wohnzimmer. Und deswegen bleibe ich dann auch hier, weil man spielt hier nicht. Und dann langweilt er sich. Und das muss alles nicht sein. Der stapelt gerade Bauklötzchen zum ersten Mal. Ich finde das mega süß. Und dann schmeißt er sie wieder runter. Ich zeig's euch gleich. Genau. Und Wäsche ist schon zusammengelegt. Simba. Ja. Simba. Zeig's mal. Simba. Der sagt das hier. Simba. Wäsche ist zusammengelegt. Finn ist immer aufgeräumt. Simba. Simba. Ja. Nachher räume ich noch den Flur ein bisschen auf, weil der sieht wieder aus. Simba. Einfach so ein paar Kleinigkeiten heute nur. Und ja. Man sieht verrätzt aus. Und die Kamera. Die macht so viel automatisch. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Das ist so mega cool. Und hat auch einen Leitwinkel. Man kann meinen ganzen Speckfalten sehen. Die Bausteine räumen wir aber wieder auf. Na Schatz? Ja. Die Holzbauklötze. Huch. Oh, Schatz, aufpassen. Ja, mal schauen, ob euch die Daily Vlogs dann, ich weiß nicht, nicht jeden interessiert ist. Es ist halt einfach das Problem, dass es bei mir so viel gibt. Dass mein Kanal einfach so umfangreich ist. Und so viele verschiedene Themen hat. Da ist es halt immer ein bisschen schwer, das alles zu treffen natürlich. Und ja. Aber mir macht es ganz Spaß, Follow Me Around zu drehen. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Eine Woche. Und probiere mal für mich aus, wie mir das so gefällt. Weil natürlich kann man die Kamera auch für andere Sachen nehmen. Oh, da finde ich sie angeschlagen. Geht's gut? Alles gut? Ja. Okay. Super. Ja. Also ich lese jetzt ein bisschen. Bis später. So. Weiter aufräumen, Schatz. Guck, hier ist noch ganz viel. Müssen wir alles aufräumen, bevor wir weggehen hier. Komm. Super. Ja. Ja. Super. Ja. Ich habe jetzt noch mal Hunger bekommen und wollte noch einen Toast. Aber ich glaube, ich gebe ihm lieber mal eine Banane, weil das ist so einseitig. Immer nur Toast, Toast. Das ist das einzige, was er meistens isst. Und deswegen kriegt er jetzt mal was anderes. Ja, er muss überall immer Stühle jetzt hinschleppen und mitschauen, was wir machen. Das ist wirklich schlimm. Es ist meistens meiner. Ähm. Ja. Ja. Ich habe jetzt erfahren, dass nachher noch jemand vorbeikommt. Und zwar habe ich Fins ganze Spucktücher mal in eBay Kleinanzeigen gestellt, weil die so viele sind und weil wir gar keine mehr brauchen. Wir haben sie jetzt schon lange nicht mehr benutzt und zwar Schokolade gefunden. Aber jetzt noch seine Banane isst. Mal schauen. Genau. Und deswegen muss ich hier noch ein bisschen mehr klar Schiff machen. Die Wäsche müsste jetzt auch voll fertig sein, wenn ich vorhin reingetan habe. Dann mache ich gleich die nächste Ladung. Irgendwie lassen wir das nämlich immer ein bisschen schleifen, bis wir dann genug Wäsche haben. Und dann können wir gleich mal einen Tag durchwaschen. Ich finde, kriegt jetzt eine Banane. Und dann darf er auch mal Mittagsschlaf machen, würde ich sagen. Na, da, Schokolade. Naja. Ich habe irgendwie gar nicht mehr so viel Hunger. Also ich habe ja heute ein Brot gegessen und normal reicht mir das nie. Normal musste ich noch extrem viel Gemüse dazu essen und alles. Jetzt habe ich aber vor ein paar Tagen meine Pille abgesetzt. Nein, ich möchte nicht wieder schwanger werden. Es geht mir bloß darum, dass bevor ich die nächste Verhütungsmethode ausprobiere, die Hormone mal aus mir raus haben möchte und auch mal wissen will, was da alles weggeht. Zum Beispiel war ich sehr, sehr müde. Habe eben sehr viel Appetit auch gehabt, war immer schlapp. Ich bin schnell krank geworden und das sind alles so Sachen, die der Pille nachgesagt werden. Und ich hatte jetzt auch eine, da kam ja demletzt so eine Reportage. Wegen dem Thromboserisiko und alles und welche Pillen einfach dafür sind. Das sind ja die Pillen der neuen Generation. Die haben ein erhöhtes Thromboserisiko und da wird aber nicht richtig drüber aufgeklärt. Und ganz viele junge Frauen haben dadurch schon eine Thrombose oder Lungenembolien und solche Sachen bekommen. Und meine beiden Pillen, die ich jetzt auch hatte, hatten da auch ein erhöhtes Risiko. Und ja, einfach viele Nebenwirkungen hatte ich jetzt auch, habe sie jetzt mal abgesetzt. Und ich muss sagen, ich fühle mich echt schon bitter und weniger Hunger auf jeden Fall. Ich esse viel weniger, ich esse wieder wie früher vor Finn. Einfach nur morgens, mittags, abends habe ich die ganze Zeit Bock Schoko-Zeug zu essen. Und ja, ich werde wieder ich. Ich bin auch nicht mehr so extrem emotional. Das war nämlich auch noch was. Also es ist wirklich sehr interessant. Vielleicht mache ich da auch mal noch ein Video drüber. Weil ich habe mir demletzten auch mal ein paar angeguckt, fand es ziemlich interessant. Und ich finde, vielleicht sollte man ein bisschen besser drüber aufklären. Gerade mit diesen Pillen mal ein bisschen die Seiten verlinken, wo steht, welche Pille so thrombosegefährdet ist. Und ja, förderlich, um wieder zu meiner alten Figur zu finden. Ich habe ja immer noch... Moment, wie viel wiege ich gerade? Also ich habe mindestens noch sechs Kilo zu viel. Bis ich mich auf jeden Fall wieder wohlfühle, bis die Speckröllchen hier auch weg sind. Die man hier jetzt gerade sehr schlecht sieht, ja. Man sieht sie gerade schlecht, aber ganz ehrlich, ich habe einen ganz großen Popo. Ja. Und das ist das, was mich so stört. Genau. Ja, wir haben auch einen großen Popo. Eine große, breite Kiste. Ja, genau. Also werde ich noch ein bisschen aufräumen. Dann kommt eben die und kauft ein paar Spucktücher. Und dann schauen wir mal weiter, was heute noch passiert. Vielleicht muss ich noch einkaufen, aber... Das Wetter hat sich übrigens schlagartig geändert. Es ist wirklich schön draußen. Ich zeige euch das mal. Ja, Schatz, gleich kriegst du deinen Bonbon. Ich habe es dir vorhin versprochen, ich weiß. Wollt ihr mal Barney sehen? Ihr dürft Barney sehen. Moment, ich zoome. Ich zoome. Ich zoome. Und er geht. Er geht. Und er geht. Und guck mich an. Barney! Hallo! Bist du schön? Oh, bist du ein hübsches? Bist du ein hübsches Mietzikasse? Finn! Oh, und Fins Lieblingsspielzeug ist kaputt. Und wir können nichts machen, weil die Batterien sind ausgelaufen. Und jetzt geht es nicht mehr. Jetzt müssen wir mal im Internet schauen, ob es das noch irgendwo gibt oder so. Weil das war schon cool. Es hat sowas an die Wand projiziert. Und man konnte auch Tag und Nacht schalten. Es hat schöne Lieder gemacht und ist von Winnie Pooh. Und wir haben noch so ein Sammelheft mitgenommen. Weil da gibt es gerade so lustige Karten und da sind so Rezepte und so drauf. Und ich finde die wirklich cool. Und da kann man die da eben aufbewahren, weil ich habe mir schon überlegt, wo ich die woher machen kann. Und dann könnt ihr vielleicht an Weihnachten eine lustige Swiss spielen. Also ich finde die Idee richtig cool. Normalerweise sammle ich so Zeug nicht zur treue Dinger, aber das ist ganz cool. Jetzt gibt es erstmal eine Wurst. Kennt ihr die Währung? Wurst. Wurst. Ja, wir haben gar keinen Mittag gegessen. Außer Finn eine Banane. Oh, den habt ihr ja gesehen. Und... Der Finn kriegt immer eine Brezel, also ist der eigentlich schon satt. Und wir haben jetzt halt noch nichts gegessen, muss man schauen. Eigentlich hätte es heute Gulasch geben sollen. Hähnchen-Gulasch. Mal schauen, was daraus wird. Oh, finde ich schiebt. Auf, hier. Zureck, zureck, zureck. Jetzt wollen wir den Finger anschnallen. Ja. Gut gemacht, Peter. Richtig schön bis rein geklettert. Ich mach das. Das ist die beste Butter. I love it. Du musst das machen, wenn es nicht kriecht, wenn ich nicht rede und wenn es nicht artig ist. Ja, und wenn dies und das und jenes... Ich bin mir sicher, beim ersten Mal hat man es auch gehört, mein Freund. Passt. Ja, Wurstsalat, Schatzi, ist das. Der Papa macht immer Wurstsalat mit fünf Tonnen Öl drin, aber dann haben wir immer schlechter. Deswegen isst sie es nicht. Da hab ich jetzt so gut wie kann. Warum? Weil ich so geschopfen hab. Ja, probier's. Nur für dich. Aber ich hab keine Gabel. Ja, dann mach ich dir immer. Du hast gar nicht für mich geplant und es wäre nicht Gabel dabei gewesen. Ich hab für dich extra ganz wenig Öl rein, damit du dich wieder dran gewöhnt. Ach so, langsam dran gewöhnen. Also das hier sind die Räucherscheiben, die schmecken auch so fast von lecker. Ich liebe die. Die mach ich jetzt auch drauf, weil ich jetzt ja doch Wurstsalat esse. Da brauche ich ja nicht noch Wurst auf dem Brot, das wäre ja doof. Genau. Oh mein Gott, dieses Follow me around, das wird so lang. Au. Was magst du auch? Oh Gott, da hast du noch nicht mal Brot. Ey, das schmeckt wie Babybär. Babybär auch gar, oder? Mh. 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 cream von sie von garnier ich weiß gar nicht und ich trockne die haut ja noch mehr aus und ich habe so trockene haut aber ich bin zu geizig die einfach wegzuschmeißen und deswegen benutzt ich die immer noch und mache dann ganz viel creme drauf komm schatz wir tun jetzt seine putzen super 1,2,3 Was geht? Ja, ich bin an. Oh, ja, ich bin an. Was geht? 1,2 2,3 1,2 1,2 da hinlegen ganz kurz viel ist schon halb drin vorsichtig so fini baby geht ins bett davor liest er noch was mit dem papi das spiel ist mit absicht zu weit weg sonst klettert er raus wobei mit dem an kann ich würde da hinschneider der kanal raus kursi 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 hallo kannst du mich dabei anschauen super schlafen mein schatz wenn man dich lieb der freut sich immer so wenn der papa da mit ihm abend das buch liest so niedlich so ich bin mir jetzt noch irgendwas süßes und dann bade ich noch weil ich sehe ja wirklich furchtbar aus heute richtig verratzt wir haben jetzt noch sohn ich weiß nicht wie es vorhin gezeigt so ein sticker album gekauft was eigentlich kein sticker sondern karten album ist weil bei aldi süd bekommt man zurzeit so karten und ich finde ich voll cool die nehmen wir jetzt auch mal mit ich glaube pro zehn euro kriegt man zwei karten oder mehr ich oder pro fünf euro irgendwie so auf jeden fall sind da eben weihnachtslieder drauf oder rezepte oder bastelideen das ist halt nicht so rumfährt haben wir einen euro 99 das noch mitgenommen dann kann man das einfach so schön reinmachen hier und ja die rezepte sind ganz spannend ist ganz cool und ist ja kostenlos also passt ja was zu sammeln ist fast wie früher in der titelblätterzeit ja genau gut dann beendet den blog hier jetzt ich hoffe er hat euch gefallen jetzt hat er mich ganz scharf gesehen wirklich hier im pickel ob das so gut ist naja genau und wenn es euch gefallen hat lasst mir gerne daumen nach oben da und wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen weil ich jetzt ja wirklich mal eine woche durch vlogge also bis dann taste ладно das könnt ihr ja locker